Ein 9 Zimmer Mehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Hilden. 1912 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Keller sowie sechs Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 301 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 480 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 695.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020